hallo meine lieben freunde der volksmusik herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play mad max der berühmte mad max episode nummer 39 und ja ich habe jetzt hier nach dem letzten großen ereignis einfach mal hier gestartet einfach wieder gestartet das spiel und entsteht mein lieber max hier und ich habe keine ahnung also pass gemacht gehen wir mal hier auf meine dings da also guckst du wir haben also im letzten video besieges tank kam bevor die bombe explodiert das war dieses autorennen das habe ich am ende vom vorletzten video erfolglos probiert habe sein offline nach dem circa fünften versuch geschafft also es ist gar nicht so schwer gut es waren wirklich vier oder fünf versuche noch offline also es ging auf würde ich jetzt mal lügen die halbe stunde offline und dann habe und als ich da dann zum glück fertig war habe ich schnell das video eingeschaltet dann ging es gleich los dann war da plötzlich in der donnerkuppel und ich musste die tenderloin das war doch vorher meine beifahrerin also die war hinten oder jam jam bucket war der da war jetzt dann die tenderloin drin hinten bei bei dem rennen da und jetzt muss sich die aber plötzlich in der donnerkuppel besiegen anscheinend das war ziemlich schwer aber das habe ich sofort im er und also habe ich wirklich sofort im ersten versuch dann kam aber sofort der nächste boss fight mit dem skrotus die da ich habe das video durchlaufen lassen ich habe alles im ersten versuch also bis auf das rennen also die habe ich sofort geschafft dann auch dann kam der nächste den habe ich geschafft dann musste ich raus und dann kam der noch mal der idiot den habe ich auch das war alles im letzten video das habe ich alles in einem aufwasch wirklich ungeschnitten anplagt an cut also ohne trick ohne doppelten boden kein schiebt kein gar nichts habe ich im ersten versuch voll durchgespielt als beweis mein letztes video und jetzt steht steht mein max wenn man max plötzlich da in der gegend rum saublöd und weiß nicht wohin soll der champion des gestern rennes erhält den motor des big chief genau den v8 max muss dafür sorgen dass er dieser sieger ist da das haben wir gemacht gut und jetzt ist nix mehr und was ist noch bei blödland missionen das ist ja sowieso draußen das blöde auto und die käse kacke aber jetzt steht mein max hier blöd da gut aber ich schätze mal dass das spiel jetzt zu ende ist oder also da geht es glaube ich nicht daraus also gehe ich mal dahin bin ich jetzt so bin ich denn kann mir das irgendeiner klicken weil ich habe auch da doch also meine mini web glaube ich nennt sich das oder rechts unten aha jetzt komme ich wieder zurück in die pizza bude in die würstchen bude oder also in die die raupthalle oder wahrscheinlich oder keine ahnung hoch. ach der jam bucket jam 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 ah ja jetzt bin ich wieder zurück. warte ich muss mal leiser machen ja gut der ist in sicherheit Diese Frau, der Doktor hat sie gespielt, sie wird, es wissen sie, weiß sie nicht, wo, ja, ja, sie nennen sie Hope, gespielt in einige, sie legt hier unten, was, soll ich die jetzt finden, oder wie, kann man das sagen, ah, der, der Outcryer hat, oh, eine Blödlandmission für dich, toll, und sonst noch wünsche, was denn sonst noch, Ah, da ist jetzt ein Grün, ah, warte, ja, gut, jetzt, jetzt machen wir mal den da noch, schauen wir mal, was der Idiot hat, halt Mission beginnen, aha, ja, 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 nein, nein, man sollte vielleicht noch auffassen, was der sagt, er steht ja da, äh, Ich will dich aber als Gottes melden, aber dann wird mir nur selbst die Birne abgehauen, also, muss ich jetzt nochmal gegen ihn kämpfen, aber das ist ja nur in der Nebenmissionen, Warte, 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 w Der Outcryer möchte, dass du Crow Dazzle seinem Konkurrenten im Renngeschäft ein Auto stiehlst, an dem Autos den Lautsprecher angebracht hat, das kenne ich, die da zu dienen Rennen anzupreisen. Schnappt er das Fahrzeug und bringt dem Outcryer den Lautsprecher, der... Oh, ich bin ein Lautsprecher-Fan. Ich habe schon mehr Lautsprecher gebaut, als du je gesehen hast, hobbymäßig. Der Crow Caller wird das... wird der Fahrzeug sammeln. Crow ohne Dazzle. Äh, blblblbl. Was? Frenzlig? Gut. Finde Crow Dazzle sein. Und jetzt muss ich aber das Grüne noch machen. Wo ist das Grüne? Verdammte Scheiße. Wo ist denn das Grüne? Hach? Was ist denn das Grüne? Big Chief, baue zwei Bauprojekte in Deep Friars Temple. Schließe... Äh, das habe ich alles, oder wie? Voraussetzung, baue zwei Bauprojekte in Deep Friars Temple. Deep Friars, das war die Tante da. Der, die das... Haben wir schon, oder wie? Warte. Hä? Habe ich ja. Schließe drei Blutland-Missionen ab. Habe ich ja auch. Alles angegrößt. Wo muss ich da jetzt hin? Äh, warte. Achso. Äh, hm. Warte, da muss ich das anhaken, oder? Äh, and now. Aber dann sehe ich wieder nichts. Muss ich da jetzt rausfahren, oder kann ich da hinwatscheln? Äh, nee. Äh, das ist das jetzt draußen? Oder hier drinnen wieder? Äh, das Spiel macht mich ready. Muss ich da jetzt reinwatscheln? Oder muss ich da außen fahren? Warum ist da schon wieder Info? Ah, nee. Komm, kack in die Hose. Info? Das ist die Tante, der, die das halten, sprechen? Äh, nee. Äh, Jam. Den 3. Kein weiß, ist in der Interrail versteckt. Das finde ich mal lustig. Oh, nee. Denk, Gams, Workstatch. Oh, nee. Muss ich jetzt da reinwatscheln? Hm. Zu Fuß wahrscheinlich, oder? Komm. Oh, nee. Komm. Leck mich am Abend. Am Abend. Na, dann ist das da irgendwo. Jetzt kann ich da reinwatscheln, oder wie? Zu Fuß. Das sehe ich. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon kommen. Da war ich doch gerade, oder? Oh, weia. Muss ich da wieder das Gas abdrehen, oder? Mensch, warte, entschuldige, ich muss Wüste hellen. Weil, wenn ich mal erkältet bin, dann bleibt das so. Huch, dann komme ich nicht weiter. Ach, das ist jetzt da unten wieder in der Abwasser. Oh, nee. Hä? Ah, doch. Ich komme näher. Ich sage jetzt nicht, dass ich näher komme. Huch. Weg. Nee, da. Okay. Nee, jetzt ist er wieder. Ah. Guck. Das ist jetzt auch nicht wieder die... Nee, das ist die Hope, oder? Ja, komm. Grün. Das ist immer. Hoppla. Guck, 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 Guck. Guck, Guck. 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 Waffe durchladen. Wo ist der Preis? Der Preis ist heiß. ich habe spaß ich sehe was hinter dem wahnsinn ja ist der mad max komm ich werde dir helfen zu finden was du suchst und dann bringst du mir nicht ohne meine tochter teil 2 ich brauche ihn ah ja genau das bauen wir jetzt du musst ihn da draus fahren joe's garage kennst du die lp von frank sepper joe's garage die habe ich frank sepper lebt er noch der lebt noch oder bitti der bitti reich ist ein gums workstätten werkstätten jetzt müssen wir jetzt die drecks werkstätten ach so und jeder kindlein zu den vort erreichen da das werden ach so da kommen wieder böse ja deswegen ja kommen die habe ich doch in drei sekunden weg geschafft hier erst die hellen dann den gelben dann werde gelben die weichen immer aus aber jetzt bin ich gut modus oder gut ketten abschlussmodus halten dritten kasten sollte ich noch was sagen muss dass ich mal sie soll immer noch im gut modus da watschelt dann nur langsam hoch wo geht es denn da hin ich muss da rauf oder muss ich da jetzt geht er gar nicht mehr halten glättern muss ich wieder die sind friedlich oder weil das will ich ihnen aber auch schwer geordnet haben hoppla oh ne böse na kommt herr komm herr auch das sind ganz böse na sowas weichen aus die schweine da kommt der auch der wird mutig das haben wir aber gleich kommt da kann ich du ich geb dir gleich eine kugel und messer blablabla was ist das herr das hast du jetzt davon die blöder böser der auch noch kommt du auch wer will noch mal wer hat noch nicht der da kommt hoppla hoppla ich drück zwar immer falsch aber du bist du da rein kommen die noch was im angebot der hat was ja damit das will sie ich schrott na das haben wir doch sonst ist ja gut ja ich will jetzt fertig werden kommt jetzt gehen wir um benzin muss jetzt benzin mitnehmen ach so die tür muss so wieder aufspringen benötigt explosion benötigt explosion ja so was mal ganz was neues hier aha ist ja dann kommt er wieder wenn er falls ich die jetzt daneben schmeißt dann 520 schrott habe ich noch man das muss ja reichen für den fahrer auch der kostet wahrscheinlich wieder geld anzünden ablegen weg quatscheln kommt und hoppla and now what happens now woran hopperts jetzt oh ich mein ne muss ich wieder weiter oh ne benötigt halten auftreten tritt ein bringt glück herein hopp oh ne da sind wieder die bungee jumper am werk gewesen aber es ist ja nur ein pixel ding was wir hier sehen nicht wirklich oder genau müssen wir darauf geld oder was sagst du als fachmann hoch jetzt kommt der böse viele platte sind die lustig angemalten kämpfchen messer bestrafen messer bestrafen messer komm au 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 du böser du 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 kommst ach das sind wieder die kommst ach nee erst die blauen weg machen die gehen jetzt kommen jetzt auch die schnauze voll jetzt kommt meine wuff schuss war wuff schassel schuss waffe genau achte sie blauer in wieder noch so weg ich bin kaputt scheiße ich bin kaputt kaputt muss ich den einer kommt da sonst bin ich hier tot scheiße hey war das hier so schlimm dass ich ich habe kein wasser jetzt habe ich die drei drecks kämpfe oder vier am stück geschafft und jetzt scheitere ich hier an den drei angemalten blöd idioten das sehe ich schon kommt gibt es ja nichts zu fressen ich brauche gesundheit freunde gibt es ja nichts da bin ich reingekommen oder wie und die hoch bei der badewolle hat da ach nee das hätte ja gleich sagen können da wir was gewirkt kommen und die damals gibt es können wir doch vorher sagen das ist ein scheiß spiel kaffee pause ich muss auch meine feldflasche füllen jetzt warte jetzt muss ich saufen beziehungsweise der match max muss sich ein drink genehmigen ja glück glück hau rein kann man jetzt noch nachfassen gibt es noch nachschlag ich trockene ja was da kommt nachschlag hoppla nicht mehr da bin ich reingekommen da steht da so unauffällig das habe ich gar nicht gesehen steht da so ein ding das hätte ich vorher wissen soll gut sonst haben wir nichts mehr im angebot oder jetzt muss ich da oben rauf oder doch was sind dann ach so ich muss den gedrecks karriere runterholen und gibt es denn da auch gestern wüsste ich es noch da hinten oder sonst ist ja nichts mehr es wird darauf oder wie schickt die das angemalt haben schau her moderne kunst hoch muss ich noch eins muss er darum da irgendwie scheiße wort jetzt muss ich noch eins drauf oder garantiert wobei als muss ich da rein springen worte vorsichtig genau ach da vorsichtig das spiel wechsel wie die hoppla und jetzt halten kann es aufnehmen also warte lasst noch mal vor allem muss ich erst die tür auftreten heute ich will da raus freunde oder kann man die jetzt nicht aufmachen die tür können nicht aufmachen das ist schlau na gut dann müssen wir daraus klettern das gehe ich aber lieber darunter sonst ist da wieder irgendwie diese alten klettern das spiel macht mich die alten klettern der gute max match wo ist er achte jetzt worte tanken 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 wahrscheinlich voll tanken oder das so geht doch das generator nöl gefühlt wollen lassen genau drauf drücken oder heute interaction jetzt schnell zum klettern der sieht aber leicht tramponiert aus ist da keine garantie drauf kommen oder nicht irgendwie das muss ich da einsteigen ich hatte aus genau das sind böse muss ich da raus oder kommt einfach einfach wo muss ich jetzt hin ach so seitenbrenner seitenbrenner was habe ich nicht ne seitenbrenner aha ja wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin oh ne oh ne oh komm wohin ach seitenbrenner seitenbrenner wo ach da oh oh habe ich auch einen turbolader oh komm oh falsch abgebogen da lang scheiße scheiße ich muss wo muss ich hin oh ne links hin oh ne da jetzt vollgas muss ich jetzt den ganzen warte mal wo muss ich hin ach nur in die feste hätte schon gedacht ich muss jetzt da in das ganze Ding haa der hat uns schicken vollgas waffenkamera ne was jetzt aber rein haa rein hier oh 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 bei den christfarbenkerzen ah oh 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 hoppla tschuldige ich muss husteln wow wow der baut jetzt den Motor aus oder oh ne in the hell out of here l m a he went up to black mhm 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 der maxi setzt sich da auf den thron oder wie sagenhaft damit habe ich jetzt nicht gerechnet das ist ja verblüffend das verblüfft mich verblüff 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 oh welch überraschung what happens na oi der big chief ich habe den big chief aber noch kann ich nicht verschwinden obwohl ich nichts versprochen habe muss ich meine schulden bei hope bei hope doch begleichen und ihre vermisste tochter glory finden äh neues hauzeug äh bla bla and now bla was muss ich denn jetzt machen das ist jetzt hoppla ah ah jetzt habe ich das ist der original madmax genau der hat so einen seltsamen luftansaugstutzen genau das ist der original aus dem film ja ne ne huch die tante will mitfahren oder die kotzt mir dann wieder ins genick hehehe die ich habe dir nie was versprochen aus dem film die jahre die jahre die jahre ach das ist ja wo wo da kommt steigern noch geordnet blutige lippe er hat die dicke lippe ist gut oder oder er war trüffel suchen er ist wahrscheinlich alle trüffeln gesucht im Gehölz. Huch! Bob Hope. Kennst du den? Bob Hope. Oh nee. Ach komm. Oh Gott, das muss ich jetzt googeln wahrscheinlich. Das muss man ja suchen. Hoppla. Glory, glory, Halleluja. Mein Name ist Mein Name ist Eminem, oder? Nee. Glory. Halleluja. Hoch hat der einen schicken... Oh nee, knutschen die, wegschau. Bäh. Ich kitz. Bäh. Fuh Deibel. Aber schicken Nägel hat die, gell? Die alte... äh, die junge. Die Tante. Die Tischeher, die Welt geht unter, aber die haben Nagellack. Das kann mir erstmal einer... Mein Name ist Eminem. Das müssen wir erstmal einer klären. Schau mal, die Welt liegt in Schutt und Asche, aber Nagellack... Jetzt bremse ich mal. Aber Nagellack gibt's noch. Das kann man halt keine Sau... Oh, nee. Sturm zieht auf. Jetzt fahr ich einfach wieder zurück. Kann ich nicht einfach wieder zurückfahren? Jetzt fahr ich einfach... Wenn Sturm kommt, einfach wieder zurück. Äh... Ja, genau. Ähm... Blabla. Mal, ähm... Ja, ja, ich muss die nochmal zurück, weil da ist wieder der Sturm am Werk. Und wo muss ich jetzt hin? Ah, äh, warte mal. Jetzt muss ich die Glory oder irgendwas, irgendeinen Käse finden. Nö? Der steht gar nicht. Hm? Ach, komm. Äh... Crow ohne Dessel. Aber was ist denn jetzt mein Hauptbegehr? Nichts mit Soße. Äh... Äh... Ne, komm. Ich muss zu... Ich muss... Das war in der Einfestung, oder? Beim Godgash war doch die andere Tante da. Oder? Wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich erst mal raus, oder? Was ist denn das wieder? Finde, Crow, Dessels Auto. Da war ich doch schon, oder? Ähm... Gut, der Sturm ist jetzt hoffentlich vorbei. Und wir watscheln raus, oder? Wir haben eh nur noch 10 Minuten. Äh... Habe ich einfach... Was habe ich? Äh... Einsteigen, kommst du ja gern. Junge. Äh... Speihert. Ach, jetzt habe ich was Grünes. Und was ist jetzt mit meinem Auto? Jetzt baue ich mal den V8 ein. Komm. Hau rein. Äh, den habe ich jetzt. Und das da. Da kommen wir ja damit. Jetzt haue ich alles rein. Muss mal alles rein haben. Komm. Äh... Blablabla. Na komm. Blum. Nächster bitte. Huch, jetzt wird es überteuriger. Ähm... Hau rein. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Äh... Schott mehr. Äh... Ach, das ist arschteuer. 35. Nee. Äh... Na gut. Aber wir haben... Holla. 8000. Aber ich freue mich. Jetzt habe ich noch 1000. Ach, kacke in die Hose. Aber jetzt war doch... Irgendwo ein grünes Ding. Huch, da kommt schon wieder Gegner. Wo ist denn jetzt das Grüne? Ich muss irgendwo... Ah, nee, da muss ich hin. Hauptmission für den Rum. Warte. Für den Rum? Nö, nö, nö. Ich werde ja noch wahnsinnig... Wo steht, steht gar nicht. Ach so, da muss ich erst hin. Ah, da muss ich erst hinfahren. So eine Kacke. Hm. Ähm... Ja, soll ich jetzt das andere? Was ist denn das andere? Warte. Blütland. Das brauchen wir nicht. Äh... Ramgitterverbesserung. Na, das könnte man noch machen. Und das da. Grow Color wird der... Aha. Na gut, das brauchen wir weniger. Aber die Ramgitterverbesserung könnte man noch machen, oder? Warte. Jetzt war ich mal... Jetzt war ich mal da hin. Das ist die Ramgitterverbesserung da. Jetzt haben wir mal da hin. Und da kriege ich außerdem wieder volle Waffe und Munition und alles. Da fahren wir jetzt hin. Also, reisen. Siehste, Wasserspeicher, Bahnfahren, Waffenkammer, alles wieder da. Und jetzt müsste doch die Nebenmission kommen. Das schauen wir mal. Vielleicht können wir die noch schnell erledigen. Dann haben wir das Ramgitter. Oh, jetzt schauen wir mal aus. Zarte, wo ist denn der Dreck jetzt da mit der Nebenmission? Die kommt immer nicht. Das ist ja was anderes da. Das ist das Fahrzeug. Wo ist denn diese Drecksnehmission? So kann man das mal einer erklären. Da müsste ich doch die Kolonne aufhalten. Wo ist denn die Dreckskolonne? Da hinten oder wo? Wo ist denn die Dreckskolonne? Nirgends. Da hinten. Da ist immer noch. Muss ich da zuerst zu dem Hinwatscheln oder wie? Warte. Muss ich die erst noch mal starten? Die Mission oder wie? Warte, zwei noch mal schnell rein. Das ist immer noch grün hier. Die. Ne, was habe ich denn jetzt für eine Drecksroute? Ne, ich sage jetzt nicht, dass ich das die Route beginne. Wenn meine Drecksroute jetzt sind. Wo geht? Hä? Da, 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 da. Hä? Schon wieder da rein. Warum muss ich da rein? Hä? Warum ist hier nix mehr da? Mit dem scheiß Ding da. Da, das. Da halte ich mich da an. Da gibt der Kolonne auf. Wo ist denn die? Das sind die. Ich fahr jetzt noch mal schnell rein. Vielleicht muss ich da noch mal mit dem Quatschen. Und dann schauen wir mal, wo die grüne Route hinführt. Au. Mensch, der hat ein Kurvenradius. Das ist ja. Das sage ich noch mal schnell rein. Muss ich da erst noch mal mit dem Quatschen? Muss ich da, oder muss ich da noch mit dem Quatschen? Jetzt ist der Punkt wieder woanders. Das kann mir doch keine Sau erklären. Muss ich da erst das Fahrzeug hinfahren? Da, haltet ihr den Angiften. Ach, kackt doch. Mensch, Mann, meiha. Bereiten eine Kolonne aus. Lass einfach. Schalte die Kolonne aus. Halte die Nang. Behindere das die Explosiven. Lass da das vor der Festung rein. Lustig. Wo sind denn die? Das ist keine Sau. Ah, warte, warte. Moment. Da? Da ist ein blauer Punkt. Muss ich da noch mal da raufwatscheln, oder? Ist das irgendwo anders, oder? Wo ist denn das? Ach, komm. Also da ist es schon mal nicht. Muss ich da noch mal oben? Entschuldige. Wo muss ich denn da hin? Muss ich da oben hin? Da ist ein blauer Punkt. Will da oben noch mit einem quatschen, oder wie? Oder ist es hier? Hier! Ach, da muss ich... Ach, nee. Ich muss... Halten, ich muss mit dem Idioten quatschen. Oh, nee. Jetzt aber. Aha. Ach so, die muss ich jetzt nur sprengen. Und das machen wir jetzt noch schnell, oder? Und dann... Hoch. Und dann machen wir Schluss. Und dann machen wir im nächsten Video weiter. Gell? Jetzt aber. Stoßkraft. Ich habe einen geilen Booking. Du bist... Doppelschubstange. Ach so, habe ich die jetzt. Oh nee. Das Spiel. Wo geht es denn jetzt wieder runter? Ich kenne mich schon nach fünf Metern nicht mehr aus. In dem Spiel. Da geht es runter. Oh nee. Doppelschubstange. Ach, das war die Belohnung, oder? Freigeschaltet. Muss ich die jetzt erst einbauen. Warte. Jetzt müssen wir raus und die Laster wegballern. Sag einfach Bescheid. Ja, ja. Doppel... Ach so, warte. Nee, muss ich mit dem noch quatschen? Nee. Jetzt, warte. Jetzt bauen wir das ein. Ach so. Oh, warte. Doppelschubstange. Oh, oh, oh. Warte. Werkstatt. Wo sind die Drecks? Da, da. Doppelschubstange. Kosten erheblich. Ach, Gewicht erheblich. Ach so. Jetzt haben wir ihn aber voll. Doppelschubstange. Jetzt ist er... Wieso ist er bei Angriffen? Nichts. Hab er Angriff? Wieso habe ich ihn da noch nicht? Ach so, ich muss das auch noch... Jetzt ist aber alles eingebaut, oder? Panzerung, Motor... Ach, da fehlt es noch. Jetzt haben wir alles, oder? Jetzt habe ich alles... Ja, drei Sachen fehlen noch. Beim Motor... Fehlt noch was. Sonst habe ich alles schon, ja? Nur beim Motor. Sniper. Bla. Das sowieso. Das auch, das auch, das auch. Ah, nee, lackieren nicht. Das da. Ah, nee, scheiße, wo ist denn der Drecksmotor? Ach so. Darum. Aber den Rest habe ich... Jetzt muss ich... Warte. Wo sind denn die... Acht Worte? Das kommen die... Wo sind die... Ah, da hinten? Das war mal einfach hin. Muss ich dir einfach sprengen, oder? Na komm. Na, da fahren wir uns hin. Komm. Entnau. Was ist das jetzt? So, du... Den auch noch... auch noch genau das ist noch einer scheiße müssen wir gar nicht das sind auf der karte achter und war ja wort bekommen dann eine markierung wie ich den aufhalten müssen wir jetzt aber kommt vollgas vollgas wenn ich jetzt mal nichts sage kommt schnell halte den angriff der kolonne auf fertig jetzt noch eine ausgestattung ist vorerst sicher jetzt jubeln die das müssen wir fotografieren wahnsinn foto genau das war gut freunde jetzt schalte ich aus und schalte dann gleich wieder ein dann machen wir weiter mit den nächsten käse stücken käsekuchen sahne käsesahne torte gut freunde also bis gleich tschüss